Hallo Svenjo, na komm, sag mal du, ich hab mal ein paar Fragen an dich. Sag mal, du, magst du eigentlich reiten? Nee, ne, ist ja auch voll scheiße. Magst du eigentlich deine Besitzerin? Nee, die ist auch doof. Kann ich ja gar nicht verstehen. Magst du den Basti? Ja, der liefert ja auch Möhren, ne? Genau. Und sag mal Svenjo, weißt du, ja, ich bin ja auch ein bisschen alt, ne? Ja, du musst du mir mal nämlich einmal helfen. Du, ich kicke mich nochmal alleine meine Jacke auf. Und ich dich einmal bitten, genau, komm mal her. Genau. Und hilf mir. Genau. Super. Hast du toll den Reißverschluss aufgemacht. Ganz große Klasse. Kannst du mir auch einmal helfen? Ja, ne? Einmal die Jacke aufzumachen. Äh, abzunehmen. Genau. Okay. So. Bitteschön. Genau. 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 Einmal ein bisschen abziehen. Genau. 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 Super. Super. Klasse. Toll gemacht. Super. Ich reinh DVR. Ja, gut. Ja. Ich read. Jetzt geht's.